Ja, den Einwahlkreisentag haben wir hinter uns gebracht. Wir sind heute um 7.30 Uhr los und sind dann zehn Stunden gefahren. Gott sei Dank haben die Jungs auch schon die Sachen in die Halle räumen können und sind jetzt gerade mit dem Abendessen fertig und alle bereit für morgen. Morgen ist endlich los, haben viel vor, haben viel Arbeit vor uns und ich glaube, die Jungs freuen sich auch schon drauf und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Am Freitag haben wir ja schon das erste Spiel in Graz und am Sonntag dann in Slowenien in Klagenfurt. Das wären zwei richtig harte Spiele, aber wie gesagt, jetzt machen wir morgen den ersten Tag, wird es sicher hart für die Jungs werden, aber die Vorfreude ist sicher größer als die Angst, dass man zu hart rennen.